Freunde, wenn euch das Game bisher gefällt, lasst mal ein Abo oder ein Like da. Wir gucken jetzt, wie es weitergeht. Wir haben nur eine Heilung, hatte ich am Schluss der letzten Folge schon gesagt. Mir gefällt das hier alles gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Bringe Larissa eine Aufnahme. Ist das denn hier eine wichtige Nachricht? Wo finde ich denn die Aufnahmen? Warte mal. Oh, wir können hier ja... Ah... Ich würde sagen, wir laufen hier erstmal durch und sammeln erstmal alles ein, oder? Das ist viel wichtiger als diese Aufnahmen. Wollen wir nur noch eine Heilung, ey? Das ist sehr leergeräumt, ja. Ey, Loot ist doch wirklich alles hier. Können wir die anderen hier auch noch? Ah, okay. Die Schreibtische können wir auch noch ausräumen hier. von der anderen Seite. Also Freunde, ich glaube, ihr schepperts bald. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so viel einsammeln können. Wenn hier nicht irgendwie ein Endgegner halt kommt. Und wir sind ja so ziemlich am Ende, aber... Ich mach von aus. Also viel wird da wahrscheinlich nicht mehr kommen. Wir werden jetzt nochmal über uns was rausfinden und dann... Ja, was sowas inzwischen sagen. Ja, was weiß ich natürlich nicht mehr. Ich weiß, was war. Also, zwar das ist das nicht das ist... So, alles klar, ich gehe mal davon aus, dass wir, ähm, warte mal, ich gucke noch mal kurz. Genau, jetzt eine Aufnahme. Versuch die hier. Starte Wiedergabe. Bei den Ereignissen in Bulgarien wurden die Agenten schwer verletzt und waren eigentlich klinisch tot. Agentin Blesner konnte nicht gerettet werden. Da Agent Plutoniums Zustand nicht so ernst war, konnte er wieder kampfbereit gemacht werden. Allerdings mussten seine Gliedmaßen amputiert und auf die neuesten Prothesen ersetzt werden. Ja, ich weiß, dass die Hälfte meines Körpers aus Prothesen besteht. Und sonst? Das ist alles sehr allgemein. Finde eine andere Aufnahme. Hier ist noch eine. Er könnte ja wie so ein Superhelder mal runterspringen, aber das will er ja irgendwie nicht. Naja, dann gehen wir wieder den langen Weg hier. Meine Güte. Gut, spiel die hier ab. Starte Wiedergabe. Nach seiner Genesung war die Persönlichkeit des Agenten, darunter auch seine Verhaltens- und Sprachmuster, stark verändert. Daher traf ich die Entscheidung, ihn aus der Agentumeinheit zu entfernen. Um einen Gedächtnisrückfall zu verhindern, erhielt Plutonium die neue Bezeichnung P3 und untersteht nun meinem direkten Kommando. Sein Kontakt zu Agentum wurde auf ein Minimum beschränkt und das Agentumpersonal wurde davor gewarnt, in seiner Gegenwart die Bezeichnung Blesna zu erwähnen. Scheiße. Ich hole eine andere. Was? Sechenov hat dich an der Leine und macht mit dir, was er will. Hör mal, er hat mir das Leben gerettet. Ich weiß, dass ich ein Testsubjekt bin. Das ist mein Beruf. Du bist also ein Freiwilliger, ha? Dafür bist du dann aber ganz schön ungehorsam. Weil sie mir vorher immer gesagt hatten, was sie machen. Ich hole eine andere Aufnahme. Probieren wir die mal aus. Prozedur? Implantation der Voschot Neuropolymer Hirnfunktionserweiterung. Ziel? Völlige Ausschaltung destruktiver Impulse durch traumatische Erinnerungen. Patient? Major Sergej Necaev. Codename Plutonium. Dritter Versuch. Die ersten beiden Operationen waren erfolglos. Der Patient erlitt in Bulgarien eine schwere Gehirnverletzung, die nicht behoben werden konnte. Der Schaden ist so groß, dass der Patient wahrscheinlich eliminiert werden muss. Hast du gehört? Er wollte dich töten. Die Frontallappen wurden teilweise zerstört, was beim Patienten zu unkontrollierbaren Wutanfällen führt. Die Stahlprothesen des Patienten machen ihn zu einer Gefahr für andere. Hier geht's um deine Anfälle. Wegen vorübergehenden Wahnsinns wird der Patient in eine psychedelische Wirklichkeit versetzt, die ihn daran hindert, die Konsequenzen seines aggressiven Verhaltens zu akzeptieren. Äh, verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären? Es wird dir nicht gefallen. Der Patient leidet unter intensiven Halluzinationen. Hast du deine Frau wiedergesehen, mein Junge? Wo, woher wissen Sie das? Aber ein Vosrot-Implantat verleiht dem Patienten künstliche Erinnerungen und lässt ihn seine Obsession mit seiner verstorbenen Frau überwinden. Deine Frau. Blödsinn, ich war nie verheiratet. Dank Vosrot kann das Bewusstsein des Patienten in die imaginäre Welt von Limbo versetzt werden, durch einen Impuls, der direkt auf dessen Hypophyse gerichtet ist. So lässt sich der Major auf Kommando in den Kampfmodus versetzen. Dazu sei aber gesagt, dass ich sie... Was für ein Quatsch. Ich meine, das ist doch nicht möglich. Ich fürchte leider doch. Irgendwer springt da, glaube ich, gleich durch den Bildschirm. ...ein persönliches Paradies schicken. Auf Knopfdruck. Und mein Körper? Dein Körper tötet, wenn Setschenov es befiehlt. Verdammte Scheiße. Und die Halluzinationen, kommen die auch von Setschenov? Nein. Die Halluzinationen sind nur ein Abwehrmechanismus deines Gehirns. Warum zur Hölle sollte ich das alles glauben? Der Boss würde mir sowas niemals antun. Aber klar. Er würde ja auch nie deine Frau aus deinen Erinnerungen löschen. Oder kollektiv als ein System für Bewusstseinskontrolle planen. Wer sagt Setschenov ist dafür verantwortlich? Sitzt er überhaupt in diesem Stuhl? Wenn du mir nicht glaubst, frag ihn. Was ist der Plan, Major? Er wartet bei Celomei auf uns. Wenn wir Setschenov stoppen wollen, müssen wir ihn hinhalten. Du bringst mich als deine Gefangene dorthin? Und was dann? Das werden wir dann sehen. So sieht's aus, Major. Denk drüber nach, während ich diesen Aufzug hecke, damit wir an die Oberfläche zurück können. Aha. Passt du jetzt auf, du Drecksack! Major, ich habe keine Daten über diesen Vorfall. Du willst mich lächerlich machen, was? Tja, willkommen im Club. Hast keine Daten, ha? Du wusstest es die ganze Zeit. Du heißt nicht ohne Grund Charles, oder? Du bist Char Ritten Saharov, du mieser Penner. Hast du eine Erklärung dafür? Na? Es gibt nichts zu erklären. Du bist genauso ein Charles für mich, wie ich für dich ein völlig Fremder bin. Erst hat Setschenov mich ermordet und dann einen Polymerklumpen aus mir gemacht. Danach hat er dich manipuliert. Wie konnte ich einem von euch trauen? Deswegen habe ich vorgetäuscht, ein charakteristisches Lernsystem zu sein. Ich wollte sehen, wer was war. Ja, Tochtikos. Was können wir denn machen? Wir sind jetzt Freunde und kennen die Wahrheit. Wir müssen zu Setschenov dieses Unrecht korrigieren und Rache für das nehmen, was er uns angetan hat. Du hast wohl recht, Chariton. Er muss zur Rechenschaft gezogen werden. Du bist ein guter Mann. Ich sage es nur ungern, aber du bist das erste funktionierende Beispiel für eine gewöhnliche Verbindung im Kollektivnetzwerk. Am Montag wird jeder, der die Polymerisation durchlaufen hat, genauso formbar wie du. Scheiße. Das darf nicht passieren. Oh, warte. Dieses verdammte Gedankegerät. Das kann man einfach entfernen. Das wird niemandem helfen, sondern es nur noch schlimmer machen. Wieso das denn? Weil alle Gedankegeräte nutzlos sind. Das Signal einer polymerisierten Person wird über die Steuergeräte an Roboter und andere Apparate geschickt. Aber das macht sie nicht zu einem Teil von Kollektiv. Das Gedankegerät kann zwar entfernt werden, was aber lediglich verhindert, dass der Träger den Maschinen Kommandos gibt. Wie wird Setschenov dann die Kontrolle behalten? Die Neuopolymerinjektion macht die Leute zum Teil von Kollektiv. Sie nestet sich im Gehirn ein und verbindet es ein für allemal mit dem neuronalen Netzwerk. Der Effekt ist unumkehrbar. Jeder, der eine Injektion erhält, ist auf immer und ewig ein Teil von Kollektiv. Aber war ich wirklich verheiratet? Wie hieß meine Frau? E-Katharina und dir wird nicht gefallen, was ich dir jetzt sage, Genosse Major. Das höre ich öfter. Aber mich überrascht nichts mehr. Du und deine Frau waren bei Agentum. E-Katharina oder Katja, wie du sie genannt hast, war eine hochqualifizierte Agentin. Als Kind hatte sie Ballett gelernt und sowohl im Tanz als auch in der Kampfkunst Beachtliches geleistet. Ballett und Kampfkunst? Willst du mir sagen, die Metallzwillinge? Nein, auf keinen Fall. Das ist totaler Unsinn. So was würde der Boss niemals machen. Schau mich doch an. Nach meinem Tod wurde mein Bewusstsein in diesen Handschuh übertragen. Nach dem Tod deiner Frau konnte ihr Bewusstsein nicht gerettet werden. Aber Setschen of Lut einen Abdruck ihrer Fähigkeiten in den Matrizen seiner Leibwachen hoch. Das ist doch... Oh, heilige Scheiße. Das kann nicht sein. Er funktioniert, Major. Wir kommen hier raus. Super. Gehen wir oder willst du sonst noch was wissen? Alles klar. Gehen wir. So, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt nochmal irgendwo speichern können und ich nochmal Heilung mitnehmen kann. Weil ich glaube nicht, dass das zum Schluss alles friedlich ausgeht. Es tut mir leid, dass du alles durchmachen musstest. Ah, scheiße. Nicht schon wieder. Nein, nicht jetzt. Nicht hier. Nicht hier. Okay, hoffentlich haben wir sie jetzt nicht umgebracht. Oh, Mann ey. Jetzt sind wir hier wieder in so einer Traumwelt. Wir sind Monster im Dunkeln. Mein Junge. Und oft haben wir schon darüber geredet. Jedes aus der Bibliothek meines Fragments. Ich habe dieses Leben lang diese Fragments. Nachdem das Rätsel gelöst war, fand ich ein Buch, das mich jetzt daran hindert, der Welt mitzuteilen. Dieses Buch ist die Gier. Und das ist die Menschheit, die Leute abkaufen, sich der Wissenschaft zu widmen. Auf der anderen Seite der Welt sind Geld. Und auf dieser Seite spielen sie mit der Macht der Massen. Wissenschaft zerschnattert von den, den nie jemand gelesen hat. Der aktuellen Gesellschaftsordnung, nicht der Menschheit, sich voll zu entwickeln. Und der Lüge des Kommunismus. Gebt den Leuten Entscheidungsfreiheit. Gebt unser Leben alle weiter. Und vereint uns mit einem einzigen großen Kollektiv. Dann fließt die Wissenschaft durch die Köpfe aller Bürger des Vereinigten Staates an der Globus. Den Globus umfassenden Union. Kollektiv ist die Hand der Güte. Und die Menschheit in seine Arme zu nehmen. Hebe deinen Kopf und öffne die Augen. Geist besser als jeder andere, was es bedeutet. Geist, Wissen, vorenthalten hat. Kollektiv wird die Menschheit an die Spitze weg. Ohne Interimente. In den Abgrund von Krieg und Hass zu stürzen. Alter, was ist das für Albträume, die er da hatte. Oh, hoffentlich lebt sie noch im Fahrstuhl. Dr. Setschenhoff bestritt gerade auf einer Pressekonferenz vehement Gerüchte über Fehlfunktionen ziviler Roboter in der Anlage 3826. Die Anlage ist wieder voll einsatzfähig. Ach, da bist du ja wieder, Söhnchen. Hast ja einiges abgekriegt. Du wärst fast für immer dort geblieben. Wo? Gute Frage. Wie soll ich denn wissen, wo du bist, wenn du einen blutigen Amoklauf begehst? Du warst so ein netter Junge, als meine Tochter noch lebte. Aber seit sie verstorben ist, schmolzt du nur rum und drehst dann plötzlich durch. Überall Blut und abgerissene Köpfe. Wie unschön. Was hat deine Tochter mit mir zu tun? Meine Katja. Unsere Katja. Die haben an deinen Erinnerungen rumgepfuscht. Sag mal, wovon redest du denn da? Sie war meine Tochter. Aber sie war deine. Ekaterina Nechayewa. Codename Blesner. Mitglied der Spezialeinheit Agentum. Dann bist du... Deine Schwiegermutter, du Ignorant. Ihr wart im Dienst für Setschenov. Bis diese Bulgaren zuschlugen. Katja überlebte nicht. Und aus dir machte Setschenov ein Monster. Ja, sowas ähnliches hab ich schon gehört. Warum sitzt du hier noch rum, wenn du alles weißt? Ich hab dich seitdem im Auge behalten. Dachte mir, dass irgendwo noch was Menschliches in dir sein muss. Tut mir leid, aber meine Vergangenheit, meine Gegenwart... Alles ist weg. Warte, wo ist Larissa? Sie ist überall. Du hast sie in alle Wände verstreut. Okay, das heißt, wir haben sie umgebracht, ja? Verdammt! Hast du eine Waffe rumliegen? Na, was glaubst du denn? Welche willst du? Ich brauch nur was, um mir die Birne wegzupusten. Tolle Idee! Merk dir ne Kugel ins Hirn aus und vorbei! Dann kann Setschenov gehen in einen hirnlosen Fleischsack verwandeln. Erste Sicherheit Union, dann den Rest der Welt. Wenn du es kapiert hast, dann steh auf! Ich geb dir Waffen, viele Waffen. Aber du musst mir versprechen, diesen Typen endgültig auszuschalten! Das nennt man Spiegerdrache, oder? Was ist los? Zunge verschluckt? Äh, sieh die Tradition, Major. Genosse Setschenovs Taten verlangt Rache. Was ist das für ein Ding, Sergei? Ich bin's, Sinaida. Chariton Sakharov. Chariton? Du Schlange! Du lebst noch? Irgendwie ja. Durch bösen Zauber verwandelt in Polymerglibber. Wart mal eine Minute. Willst du mir sagen, du kennst Oma Sina schon die ganze Zeit? Geheimnisse können sich als sehr nützlich erweisen, Major. Nützlich für wen? Was hab ich von deiner Geheimniskrämerei? Setschenov hat sie nicht mehr, alle den Leuten sowas anzutun. Warte mal. Katja, Katenka, ist sie noch am Leben? Möglich, doch in welchem Zustand? Seht mich, geht es mir wirklich besser? Aber ich weiß nichts Konkretes. Ich flehe dich an, Sergei. Setschenov muss sterben. Ist ja gut, lass mich in Ruhe. Verdammte Scheiße. Was zur Hölle geht hier bloß ab? Zum einen haben wir manipulierende Lügner, die sich für noble Rächer halten. Zum anderen ist da ein sowjetischer Wissenschaftler, der die ganze Menschheit erleuchten will. Und mich benutzt, um Arschlöcher zu beseitigen. Behaupten die manipulierenden Lügner. So, ich krümme Setschenov, kein Haar ohne mich. Ich hab genug von dem Spiel. Also gut, wenn alles so. Waffenschrank. Super, Freunde. Jawohl. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und sage, wir sehen uns im nächsten Teil. Weil, dann geht es wahrscheinlich zum Endgegner. Die Folge ist zwar jetzt ein bisschen kürzer, aber... So muss das sein. Alles klar. Lass mal ein Abo oder ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Teil. Es bleibt spannend.